Auf jeden Fall möchte ich natürlich auch mal alle begrüßen, die jetzt hier nochmal auf YouTube zuschauen. Nächste Folge ist jetzt hier am Start und ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich bin heute ein wenig platt. Ich wurde gezwungen, noch zum Sport zu gehen. Danke, Noru. Shoutout geht raus. Aber wer rasselt, der rostet. Von daher durchziehen. Durchziehen, durchziehen. Aber geht an so einem alten Mann wie mir natürlich nicht spurlos vorbei. So, jetzt steigen wir aber mal ein hier. Und wir waren auf der Suche nach dem Generator, meine ich. Alter. Nach so einem Stromgenerator. Wir müssten den Kabeln folgen, stand da. Alter, Speedy, Junge. Ist auch echt Arschlaut. Das war doch mein letztes Mal schon. Dieses Scheißding. Ich habe schon keinen Bock mehr. Ich habe schon keinen Bock mehr. Alter. Ekelhaft. Ja, wirklich ekelhaft, sage ich dir. Alle Systeme innerhalb normaler Parameter aktiv. Jupp. Alle normalen aktiv. Ganz schön viel Mumpel, aber ist gut. Da kann ich mal ein bisschen mehr ballern. Muss nicht immer nur hacken. Was habe ich denn hier am meisten? Wir haben 8 und 5 sind 13. Und dann haben wir hier 10 und 12 sind 22. Dann haben wir hier 24. Und hier haben wir 23. Also machen wir erst mal die große Flinte leer, würde ich sagen. Die hat aber am meisten Bombs. Ich weiß nicht, ob wir uns die nicht lieber aufbewahren. Aber wir wollen mal gucken, was die so kann. Also sowieso mal alles nachladen vielleicht. Das ist natürlich nicht so dumm. Also hier steht es doch auch. Zum Glück hast du gerechnet, Koji. Zum Glück. Ohne das wäre es nicht gegangen. Das ist ja hier die normale. Die nehmen wir jetzt erst mal. Der Generator. Hoffentlich geht er noch. Ja, hoffentlich geht er noch. Mein Opa hat im zweiten Weltkrieg ein Bein verloren. Der geht auch noch. Die Frage ist ja immer, wie. Also diese Kisten, die sind mir immer noch ein Mysterium. Da geht es natürlich nicht lang. Das heißt, wir müssen hier irgendwo her. Darunter wahrscheinlich in die Grütze. Aber da gucken wir erst mal, ob wir hier angesprungen werden von irgendeinem Unfug. Das da sieht ja schon wieder so aus. Wow. Kommen die hier hoch? Okay, das sieht so aus, das sieht so aus, als ob die hier hoch. Habe ich gar keinen Bock drauf, Alter. Wo kommen die Arschlagen her? Vor allem, das waren 100 Stück oder so. Also irgendwie heute, ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich das will. Wo ich da jetzt so runter möchte. Na komm. Was soll passieren, ne? Also ist ja nur ein Spiel. So, im schlimmsten Fall können wir sterben. Jetzt hat der doch noch mutiert. Wirklich. Was, der frisst, ne? Bist du da viermal am draufwämsen? Obwohl, hier, guck mal, da war ich schon wieder nicht schlau. Naja, komm. Ich muss mir mit diesem Handschuh arbeiten. Ich hab's mir extra, hab ich mir den aufgepusht. Aber nö. Kommt wieder irgendwas? Okay. Wir lassen das nicht an uns ran. Wenn das so ein Beutel wäre, hätte der uns schon lange angegriffen, ne? Da kommt was. Bisschen zu früh gehauen. Okay. Na komm. Ich schieße aber auch mit meiner Oma, ne, heute. Geht doch, ey. Das kann ich nicht mehr rotzen. Jetzt gehen wir da hoch. Und hauen ihm die Schnauze ein. Ne, mit E. Mit E? Ja, komm. Okay. Achso, den einen hab ich vorhin gar nicht plattgetreten, ne? War auch nicht so schlau. Könnte ich ja theoretisch schon mal zurückgehen, aber mach ich jetzt nicht. Aber gut, looten. Müssen wir da, darf man nicht vergessen. Looten. Ich muss da wahrscheinlich mal einen Zaun für erstellen. Ja, genau. Kommt noch einer? Tatsache. Der krabbelt immer noch. Wir wollen das nicht. Okay. Haben wir einfach mal schön verballert alles. Nehmen wir das Ding. Na gut, hier hätte man auch wieder mit dem Handschuh was machen können, ne? War der Koji wieder nicht blickig. Achso, und hier ist auch Sprengmunition gewesen. Also so, Gegenschießen explodiert. Naja, komm. Reden wir nicht drüber. War da irgendwas? Was? Nee. Nee, nee, nee. Oh, komm. Warum gehst du denn wieder zurück? Warum? Ich geh doch noch durch. Oh, oh, oh. Will ich da durchgehen? Eigentlich nicht. Ich habe Angst, dass ich etwas verpasse. Ich habe Angst, dass ich etwas verpasse. Aber gut, wieso will ich denn hier freiwillig runter? Will ich doch gar nicht. Warum soll ich denn da jetzt runtergehen? Macht ja für mich gar keinen Sinn. Ich muss ja ganz klar in die andere Richtung. Ich will ja hier nicht runter. Ist glaube ich einfach auch nicht notwendig. Wir gehen mal wieder zurück. Also heute fällt es mir sehr, sehr schwer, muss ich sagen. Also, Speedy, wenn du noch da bist, gib mir mal wenigstens kurz eine Info, ob das mit meinem Sound funktioniert. Ich habe heute leider kein zweites Gerät laufen, womit ich das überwachen kann. Vielleicht kannst du mir da mal kurz was zu sagen. Ob man mich gut hören kann. Ob man mich gut hören kann. Okay. Hier lang. Hier lang. Geht natürlich nicht. Sieht aus, als wären drei Sicherungsschalter an den Generator angebunden. Die UJC stehen dir zur Seite. Hier lang. Die UJC stehen dir in ein Verga von Ihnen. Da. Ja, da. Die UJC stehen dir. Du bist in die Sieber. Die UJC stehen dir in einen H study. Die UJC stehen dir. Im Vergas. Die ihr Verga von Ihnen einem Verga von Ihnen. Doch einfach mal hier, was war denn das? Das war doch so extrem krass, oder? Wir bleiben jetzt eisern und kaufen jetzt nichts, sparen das Geld. Das war's für heute. So, hier sind wieder solche Metalldinger, das deutet ja auch dann immer auf Feindchen, auf Monsters. Na klar. So, hier sind wir. Ne, nicht immer nur in den, tritt man in den anderen rein, hier in den, genau. So. Wir sollen alle treten, nicht nur einen immer. Können wir nicht machen. Das wäre fies. Wäre nicht gerecht. Und wie komme ich denn da jetzt runter? So, schon mal nicht. Ach, guck mal, da vorne ist eine Leiter. Nehmen wir mal die hier. Okay, das geht so nicht. Hm, guck mal, hier ist so. Guck mal, der hat so eine Hüte, die Hüte. Der kommt jetzt hier raus. Na? Na! Oh, 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 oh. Oh! Huh? Na geht doch. Ah, schön. So, gucken wir nochmal, was wir hier noch so haben. So ein Akku, könnte ich mal nutzen. So ein Akku. So ein Akku. Fehlt noch einer. Noch einer, jawohl. Hat nun einer angeschlurft. So ein Akku. So ein Akku. Ach, waren das nicht die, an denen man so vorbeigehen kann? Habe ich total vergessen. Na. Na. Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, okay. Das sind Pfeile gemalt. Das sind Pfeile gemalt. Ach, guck mal da. Ach, guck mal hier. Wer ist denn da? Ein Schalter. Ich denke nicht, dass das jetzt hier, dass sie mich so einfach lassen. Hä? Hä? Ja, ich kann dich hören. Ich komme jetzt zur Kolonie. Ich melde mich, wenn ich da bin. Ich hoffe, ich gehe richtig. Ich bin ein Schalter. Okay. Ich bin ein Schalter. Ich bin ein Schalter. Das war's für heute. Nein, das ist gut. Oh, Gott. Hm. Gut. Einmal zu wenig ausgewichen. Der Strom ist an. Ja, okay. Jetzt zurück zum Bahnsteig. Genau. Jetzt aber zurück. Okay, weiter geht's. Das hat besser geklappt. Ui. Grüß dich, Alex. Nicht so laute Geräusche, bitte. Heute fällt es mir nämlich schon wieder besonders schwer hier. Nicht an einem Herzkasper zu sterben. Nichts. Ah. Oh, come on. Was ist das mit diesen Kisten soll? Also das weiß doch kein Schwein wieder. Da haben wir da einen angeschlurpt. Was ist das? Ich glaube, ich muss durch diesen Tunnel. Muss ich durch diesen Tunnel? Niemand weiß es. Kehre zur Transportplattform zurück. Aber eigentlich bin ich ja diesen... Muss ich ja dem Kabel folgen. Hier steht doch auch Transportzentrum. Hier war noch diese große Schlitzlei. Wo so 100 Stück davon waren. Und auch jetzt schon mal wieder kommen. Ja, ich... Mal gucken, ob das Endsport wird. Sehen wir dann. Mal sehen, was hier heute passiert. Ich weiß nicht mal, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Aber ich gehe jetzt einfach nur zurück. Ich gehe jetzt auf dem Weg. Das war's für heute. So, was wir jetzt auf jeden Fall hier machen, erstmal einen Folgen-Cut. Wir sehen uns gleich, Leute. Tschüss.